Moin Lose! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele am heutigen Tag Zusammen mit Jumbo Let's Play für die Schweiz! Hallo! Maudano für Japan! Wohoho! Geil sein muss! Und Zombey für Griechenland, der starke Arm! Konnichiwa! Meine Damen und Herren, wir haben am heutigen Tag... ähm pff... Am heutigen Tag natürlich mal wieder einen neuen Spielmodus am Start... Ja... Hallo Manu, tschüss Manu, hallo Manu! Ich weißt du wo ich rein darf? Ja, 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 ich lass dich jetzt rein! Okay, dann bin ich mit Maudano! Ja, wer ist denn da mit mir drin? Heute geht's um dicken Bizeps! Ja, ich fand es ein bisschen traurig Mängel, dass du erst zu mir geswitcht bist, dann aber doch wieder rüber gegangen bist! Ja, da wird man einen neuen Charakter gesehen und ich war einfach komplett verwirrt, ja! Deswegen war ich grad geschockt! Deswegen war Zombey die ganze Zeit so ruhig! Ja, die Direction abgewartet! So, habt ihr schon mal Baseball gespielt? Ne, leider nicht! Ne, manchmal hat man ja so beim Sport so Softball oder so gespielt, bei uns hieß es irgendwie Brennball, glaube ich! Ja, aber das ist doch kein Baseball, oder doch? Ja, aber ist schon so ein bisschen, geht in die Richtung Brennball, oder? Oh, guck mal, da seh ich Zombey! Ja, guck dir mal sein Gesicht an, das ist ein ganz anderer, der sich reingeschmuggelt hat! Ja, ich hab noch nicht, sein Gesicht kann ich noch nicht... Menge, da fällt mir so ne Maske auf! Oh ja, ich bin dran! Okay! Hm? Was? Ich hab nichts verstanden, was ich gemacht hab! Ich hab zu früh! Ich hab zu früh! Was? Nein! Wie geht das? Ich schlag immer zu früh! Nein! Immer zu früh! Mann! Au! Leute! Von mir schlag! Okay, Maudado, du musst immer schön in die Richtung! Ach du darfst jetzt werfen, Maud? Ach so! Ja, ja! Bei mir wirft Zombey! Ja, aber Maud darf auswählen! Ach so! Ah, fast Maudado! Etwas zu früh! Es gibt dir mal so einen kleinen Mikroruckler! Oh! Oh! Nein! Jetzt meine ich! Ja, aber mir sind auch diese Rucker! Ah, okay! Da bin ich nicht der Einzige! Ah, schade! Schade! Ja, haben wir ein bisschen verkackt! Jetzt bin glaube ich ich! Oh Mann ey! Das sind einfach die olympischen Spiele und wir können das gar nicht! Oh! Das war knapp! Etwas zu früh nur! Boom! Uuuh! Deutschland! Guck dir das an! Oh! Let's go! Lauf! Lauf! Du machst das! Bin ich da! Eins hast du! Eins hab ich! Ich bin der Pitcher! Ich bin ein Zombies Körper! Das ist jetzt wieder Maudado! Das bin ich! Oh nein! Ja! Oh Mann! Da hab ich wieder gefangen! Ich fand das auch nicht zu früh! Der war doch! Das war doch ein Hit! Nein! Oh! Oh Maudado! Jetzt laufen wir! Jetzt laufen wir! Äh! Äh! Let's go Kompano! Ja wohl! Ja wohl! Wir machen das! Hey! Oh! Es wird heiß! Es wird heiß! Bin ich das? Nee! Nee! Ich bin das scheinbar! Das ist ein normaler Ball! Ha! Der war angeschnitten! Nee! Nee! Warte! Er macht da die ganze Zeit so viel! So dumm Sinn! Curf Scheiß! Ey! Curf den nimm der Bruder! Hä? Was? Oh! Pumpe! Warte! Gesamt? Okay! Also den Punkt kriegen sie erst, wenn sie einmal in den Kreisrunde gelaufen sind! Oh nein! Es tut mir leid Maudado! Ich hab dich hängen lassen! Alles gut! Alles gut! Ich hab hier auch nichts gemacht! Boah! Ich hab dich nach Hause! Alter! Hätt sich Zomay zu werden! Boah! Was hattest du für'n Unfall? Junge! Zomay sieht einfach aus wie sein Schläger! Ey! Diese Mini-Ruckler nerven aber schon! Es tut mir leid liebe Zuschauer! Okay! Warte mal! Achso! Dann muss man noch rechtzeitig drücken! So ein Loser! Ich weiß nicht mal, was dieses Ding da bedeuten! Junge ist das schnell! Boah! Ne! Ich hab den Platz für den Jungs! Los Maudado! Hey! So Maudado! Okay! Jetzt bin ich bei Nuten! Kräger-Cursor-Schwingen! Wann muss ich drücken Zomay? Also A? Ja wenn der Ball genau vor dir ist! Oh! Nein! Da bin ich mal wieder geboren! Lauf! Oh Gott! Oh Gott! Der geht ins Ausfall! Fang ihn! Aus! Rauf! Mit dir! Wieso aus? Du hast soweit recht! Ne! Wenn man den direkt fängt, dann ist der jeweilige Spieler draußen! Oh Mann! Let's go! Jetzt sind wir wieder dran! 0 zu 0! Eine Ewigkeit später! Was ist das für ein Müll! Wir nehmen jetzt wirklich schon eine vierte Runde! Nein! Es ist vorbei! Es ist 1, 2, 3! Ja ich weiß, dass da nichts mehr steht! Aber du weißt ja, ob es wirklich noch eine Verlängerung gibt! Aber wir haben gleich viele Hits bekommen mittlerweile! Bitte nicht! Nein! 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 Was? Was? Lauf! Lauf! Nein! Ich will nicht! Wir stehen da aber noch! Ihr habt fast einen Punkt! Oh Mann! Wir haben nicht fast einen Punkt! Doch doch doch! Ich habe die blauen Sterne gesehen! Ihr könnt doch gewinnen! Was? Ich kann nicht gewinnen! Ey! Ist mir egal wer gewinnt! Hauptsache jemand gewinnt! Und es war im Out! Ich hätte nicht fragen würden! Ey! Warum muss ich einfach auf Unentschieden einigen und wir machen das hier weg? Nee! Wir gewinnen noch! Wir können ja gucken was wir sehen! Was machst du mit dem? Oh Mann! Ich kann! Ich kann! Ich hatte das! Ah! Das war mit der Lust! Was du einen schönen Schlag was zu geben! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war gar kein Curfball! Warum triffst du den? Oh oh oh! Der steht läuft! Der macht Punkt! Der macht Punkt! Ja! Ein Punkt in der ersten Verlängerung! Die erste Verlängerung! Die erste Verlängerung! Einfach jetzt kommen wir! Jetzt kriegen wir auch einen Punkt! Und dann geht's noch im Wald! Nein! Nein! Oh mein! Bitte! Oh! Nice! Ja! Ich lerne dazu! Mein allererster Try war besser als der jetzt! Perfekt! Lass es aber in der Mitte mal bitte! Zu spät! Wieso hast du gehauen? Warum nicht? Darf ich nicht mehr spielen? Darf ich nicht mehr spielen? Wenn der außerhalb fliegt dann darfst du nicht hauen! Ich mach das trotzdem! Oh! Ein Vorsteam! Ja ja! Genau! Oh! Perfekt! Cool! Du machst das Maulado! Lass dir bloß keinen Strike schlagen! Ich weine dann! Warum schlägt das so? Perfekt ist Timing! Stimmt doch! Ich weiß nicht warum das perfektes Timing ist! Perfekt daneben! Oh ja! Ah! Foul! Poull out! Let's go! Oh! Alter! Ich bin auch so ein guter Baseballschläger, dass der Fick einfach kein Meter halt ist! Direkt out! Ja! Spiel vorbei! Ja! Ja! Endlich! Der Sieg ist mir so egal! Es ist vorbei Leute! Wir haben es überlebt! Diese zwei Punkte Vollsprung, die wir uns gerade verdient haben! This is sick! Einfach nur beeindruckend! Es ist einfach... Das hat sich gelohnt! Diese Lebenszeit kriege ich nie wieder zurück! Ja, das ist das Traurigste! Aber die Zuschauer auch nicht! Das ist ein... Das war eine Erfahrung, die ich echt nicht müssen! Also das war eigentlich aus Lebenserfahrung! Was? Okay, du kannst gerne meine davon haben! Ja, meine auch! Okay, danke! Ich bunker die! Oh ne! Nicht wieder dieses Spiel oben rechts, nicht oben rechts ist! Achso Deutschland jetzt! Anzahl der Versuche! Start! Okay, A-Span und dann oben links! Oben links? Ja, oben rechts! Achso! Oh, ich hab gut getroffen glaube ich! Oh, ich bin übersprungen! Das war lecker! Das war lecker! Das war lecker! Ne, Mado hat denn besser! Ne, ich hab... Alter, der war gut! 2 Zentimeter von der Linie weg! 34 Grad Winkel! Ich hab mal 7 Meter! Ich dachte ich war so... Alter! 7 Meter ist doch ein Übersprung! Ja, war es auch! Aber meine war einfach nah zu perfekt! Ich weiß nicht was ich besser machen soll! Und trotzdem nur dritter! Was? Warum kriegen die bessere Gegner? Das freut ich mich auch! Ah nein! Was war das gut? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin übertreten! Ich bin übertreten! Oder? Ah Gott sei Dank! Ich bin 33 Zentimeter drüber! Ah! Der Winkel war Null! Ich hatte 45 Grad Winkel! Ich hatte gar keinen Nuller Winkel! Das war kein Nuller Winkel! Ja eben hab ich jetzt auch! Es macht gar keinen Sinn! Ach! Ich hatte einfach den perfekten Winkel! Ich hatte einfach den perfekten Winkel! Ja der hat den wahrscheinlich bei euch einfach abgebrochen! Weil der schlecht war! Let's go! Okay! Klatschen Leute! Oh ja! Klatschen! Ich renne schon! Put your hands up for Detroit! Ich hab mir den Buff noch abgeholt! Hä? Ich hab gar keine Anzeige bekommen wo meine Linie ist! Okay! Alles drickt! Ich bleib bei meinen 5 Metern! Viel Glück euch! Ach komm! Warum springst du wie ein Rentner? Alle bei Null! Oh! Minus 13! Niemand hat irgendeinen Punkt bekommen! Ich hatte 31! Wow! Sind wir jetzt wirklich letzter? Ich glaub ja! Ja ja! Keiner goal! Ja oder weil's nur gegen uns gemessen wird! Ne ne! Ne wir kriegen alle einen Punkt glaube ich! Alles unter Dritter kriegt ja einen Punkt! Oh neuer Rekord! Oh! Echt? Das wäre nice! Jawoll! Ey das ist ja... Was ist das? Richtige Teilnehmerurkunde! Jungs! Richtige Teilnehmerurkunde bei den Olympischen Spielen! Ja! Schön dass ihr da wart! Oh! Jetzt gibt's Beachvolleyball! Warum haben wir grad kein Gold bekommen Zommel? Ja wir kriegen jetzt Gold oder Silbersaved! Sieht mir doch aus wie so'n Magier! Haha! Oh! Und jetzt! Oh! 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 Maudado da musst du da sein! Du warst doch viel! Du lagst da am Boden! Du warst ja viel näher! Ich bagger! Ich bagger! Ich bagger! Ich bagger! Was ist baggern? Ich pritsche das! Pritsche! Schmetterball! Das ist baggern! Okay! Okay! Mach nen Todesschuss! Ich bin scheinbar ein Baugerät! Oh! Maudado! Deiner! Oh nein! Oh nein! Ich pritsche! Ich pritsche hier rüber! Pritsche! Pritsche! Vorsichtig! Und wenn er rot ist! Wenn er rot ist! Wenn er rot ist! Oh! Oh! Gegen Maudado und dann hat ihn weggetreten! Okay! Ich bagger! Ich pritsche das! Und wenn's rot ist! Ah was! Mein Charakter läuft doch nicht schnell genug, dass ich da hinkomm! Ja eben! Wie soll das denn gehen? Das ist doch physikalisch aber nicht möglich! Oh! Schau wie langsam ich bin! Geh links! Oh! Oh! Der hat... Pau! Ich hab ja... Oh! Oh! Verdammt! Machen wir jetzt erst eins! Los! Ui! Okay! Ich geh nach rechts! Hä? Oh! Das passiert immer zu spät! Interessant! Schmetterlich! Oh! Ah! Loll! Okay! Maudado! Ach so denn! Komm! Ja! 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 Jetzt kommt nochmal die Hürden! Oh! Das sieht viel smart aus. So, konzentriert euch Leute. Der hypnotisiert einen. Wir haben einen Superstart hingelegt. Stimmt, es gibt die Aune. Ich hab alles perfekt gemacht. Die Bots waren so schnell. Die Bots waren mit Sicherheit schneller. Superstart, hab ich vergessen, dass es überhaupt gibt. Neuer Rekord, 15 Sekunden. Nein. Ich hab's wieder weggedrückt. Wir sind nur Zweiter und Dritter. Ich hab nicht genug Punkte wegen dem Bot. War das das letzte Spiel? Ja, das ist das letzte Spiel. Wir wurden von den Bots geprankt. Leute, das war's mit einer kleinen Runde der Olympischen Freedom Squad Spiele. Mordado und ich können hier einen Sieg verbuchen. Merkt euch das. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei Tommel, Mordado und Jomel, Let's Play vorbei. Und habt alle noch einen traumhaften Tag. Kommt rein. Ciao, ciao.